Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und zwar gehen wir dort die Kiltaler Bunt-Sandsteinroute. Die Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Wie hat uns die Tour gefallen? Naja, die ersten 6 Kilometer waren schön. Man ist auf Fahrten gelaufen, man hatte schöne Ausblicke. Und ab dem 6. Kilometer etwa, auf dem höchsten Punkt der Tour, da war alles eintönig und öde, hat uns überhaupt nicht gefallen. Auf breiten Feld- und Wiesenwegen, das war alles nichts. Jetzt sind wir momentan im Wald, da geht es wieder. Wie fandet ihr denn so die Tour? Schreibt doch einfach mal unter die Kommentare, würde uns sehr freuen. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und über Kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Musik 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 Taler Bunt-Sand auf der Kiltala. Schmalen Pfaden gelaufen, auf breiten Wegen, Wald wie Wiesenfeld. Selber so gut hinkert.